Willkommen zurück zu dieses dumme Pop-Up-Gebens auf den Sack, äh, let's play Und wir sind hier immer noch ein bisschen am ... Probleme haben Typen ver... warum, warum will ich jetzt einfach... Jürgen, manchmal falle ich einfach hin Ich falle einfach random hin Au! Oh shit Zieh, zieh auf den Kopf, zieh auf den Kopf Gar nicht! Aber lass mich doch in Ruhe! Fliegertypen fertig machen Äh, ich falle jetzt den Schlägertypen fertig machen, dann sind wir nicht in den Shop gegangen Oh, da hat er, OH! Da hat er gerade, OH! Meck! Ja, da ist er down! So, ich geh mal jetzt trotzdem schnell ein anderes Outfit anziehen Ja, ich auch, ey, hier sitzen noch Syndicate-Leute und Bullen Dann lass du sitzen Eigentlich wegmachen Scheiß drauf shoppen Ich war nämlich noch nicht shoppen Oh, das sieht lässig aus Heavy will neue, Heavy will neue Kleidung haben Oberkörper, was nehmen wir denn, Oberkörper Ja, ich bin halt angeschossen Schieß mal bitte weg Das kann ja echt nicht sein Das ist so frech Ah, okay, Oberkörper Das hat ein Bomberjag Nee Das sieht alles irgendwie Es trifft nicht meinen Geschmack Ich weiß nicht Nee Nope 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 Nein Abgelehnt Nein Nee Nada Yet Nope Nope Überhaupt nicht Keine Ahnung Nee 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 Wegen Machen wir weg Die Pause Und Wir mussten an der stelle Mal eine kurze Pause machen Weil ich hatte FPS Einbrüche Drr, böse FPS, da alles kacke Es ist alles scheiße So und jetzt gehts weiter Wir haben den fetten leider Ich bin immer noch shoppen, mein Freund Pass mal auf Hast immer noch shoppen Ja, die sehen irgendwie alles scheiße aus Ja, Hauptsache ich muss gegen die Bullen kämpfen Mach mal eine ja Ja Hetz mich nicht, alter Mann ist kein D-Zug Ähm... 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 Ja, irgendwie sieht das alles nicht so gut aus. Muss ich sagen. Dann komm mal einfach raus hier bitte. Mh... Warte. Ach weißt du was? Ich nehm jetzt einfach irgendein Outfit, weil die sind fertig. Die sind voll... Ist das Gangster? Der große Hörer war nicht normal. Wirklich? Ich hab' einige schreckliche Hörer, aber die wie er an die Fremden schlugt, dann würde ich ihn nicht lieb. Wenn wir jetzt Besseres finden, nimm ich halt das. Ich höre das. Übern... So. Jetzt steig ein. Warum steht dein Out in meinem Laden? Du sollst einsteigen, nicht in den Laden. Fang wieder raus. Ich kann ja nicht einsteigen. Schnell! Ähm... Ja. Oh mein Gott, ich brenne! Oh mein Gott, ich explodiere! Steig ein! Was ist? Oh Gott! Ich muss klassische Musik anmachen bei der Verfolgungszeit. Das bringt mein... mein... mein Blut in Wallung. Schnell weg hier! Oh Gott, wir haben den Begleiter da gelassen. Schnell zurück! Oh Gott! Nein! Er ist... zurück! Warum ist der Pisser nicht eingestiegen? Keine Ahnung. Wo ist der? Fahr doch einfach zum Unterschrift zurück. Keine Ahnung. Nein! Wo ist der? Ich weiß nicht. Hä? Hä? Was machst du? Der hat verkackt, weil mein Begleiter nicht... Hä? Wo war der denn jetzt? Ich weiß es nicht. Das ist bitter, Mann. Äh, ich hoffe wir werden jetzt... Oh! Wir wollen hier respawn, okay. Äh, wir nehmen jetzt das Auto hier. Weiter rein da mit euch. Du sollst nicht... Du hast... Du hast... Du hast... Nein! Oh! Ich würde austreten. Ich würde austreten. Ich steck da mal aus. Oh, steig ein! Nein, nicht schon wieder! Bleib jetzt drin sitzen! Ich schieße ihn jetzt tot, Alter. So, der ist weg. So, rein da jetzt. Weg, ja! Aber nicht den ganzen Tag Zeit. Wo schießt Pierce überhaupt hin? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Lappen, Alter. Wo man alles ausbremsen kann, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, wie lange wir uns vorher aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben ihn fast gar nicht aufgenommen. Das heißt, äh, von jetzt an ungefähr zehn Minuten. Dann... 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 Ja, das passt. Ähm... Wo, äh... Dann, äh... Smokey, bleib dich mal. Oh, Alter! Wo kommen die denn her? Wir haben so komische Leuchtstern über die Hände. Ja, ja. Das sind diese blaue... Die blaue Gang. Kann ich irgendwas tun machen. Ja. Ganz ehrlich, Alter. Die schlägst du einmal, dann läuft diese... Dann läuft diese Leuchtflüssigkeit einfach raus. Naja. Weiner mit uns. Das ist der beste Plan, den du bisher hattest. Ja, ne? Komm. Hopp. Ach, wir sind wieder zu Hause. So, und jetzt? Steelport, ich komme. Geschafft. Fortfahren. Bargeld, wieviel? 6.000. Oh! Respekt. Auf 3 hoch. Warten auf Smobaskes. Ja, Smobaskes. 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 So, dann wollen wir hier mal aufleveln, wa? Weil... Ich geh weg. Wo la... Junge, ich bin grad in meinem Handy. Ver... Oh. Ah. Meine Verdauung arbeitet. Oh mein Gott! Das muss ich haben. Hä? Beidhändig Pistolen. Haltepistolen. Haltepistolen in beiden Händen. Habe ich nicht genug Geld. Habe ich auch nicht genug Geld. Ich kaufe mir sonst später Häuser. Ach, 2.000. Ich kaufe dir dann Häuser. Dann renne ich mir zwei Desert Eagles. Was müsst ihr überhaupt mal machen? Neuer Auftrag verfügbar. PS Party. Aber weißt du was? Nein, mach mal nicht, mach mal nicht. Lehn mal ab, lehn mal ab, lehn mal ab. Ja, hab ich schon. Weißt du was sie jetzt machen? Wir trollen jetzt durch die Stadt. Okay. Bam! Das ist jetzt mein Auto, bitch! So. Was machst du da in deinem Familienvan, Alter? Schnell steck ein! Ja, warte! Junge, die jagen mein Auto in die Luft. Komme! Ey, 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 ey. Bisschen schneller hier. Guck mal, das Ding dampft schon. Ja, fahr! Was geht mit diesem Auto, Alter? Ist das... Ursache, du fährst! Also, entweder ist das Ding so tiefer, so extrem tiefer gelegt, dass es auf dem Boden scheuert, oder wärm Platten. Sagen wir, wir haben Platten. Ja, wir haben Platten. Aber wir machen auf beiden Seiten Platten, deswegen fände ich das Ding normal. Wow! Will der mich hier haben? Bitch, ich bin Ghetto, Alter. Ghetto, Alter. Wie fahren die denn? Was ist denn jetzt los? Was machst du denn? Schick ein! Fahr! Oh mein Gott, dieses Flüssehöl. Wir fahren ab! Oh mein Gott, hast du das gesehen? Michi mit der Setri... Oh! Das war das für Absicht. Was machst du? Ich will jetzt da... Ich will wissen, was da unten ist. Da ist irgendwas auf der Minimap. Guck mal, unter uns. Hm, ja, da kann man kaufen. Fahr da mal hin und lass das kaufen. Wir haben kein Geld dafür. Doch, haben wir. Nicht da! Ja. Du musst auf der Straße fahren. Nein, wirklich! Man fährt Autos auf der Straße! Ja, das ist ganz neu! Ich dachte immer, man fährt Autos auf den Schienen. Wow! Was ist denn? Das ist ne Mayhem Mission! Machen wir die noch? Da fährst du Panzer! Ja! Let's dance, Alter! Oh yeah! Oh! Wow! Yeah! Yeah! Mah! Heilige Muttergott! Das lass mich mehr vorfahren! Jetzt fahren wir jetzt den Weg! Über uns! Mach den weg! Ich seh den nicht! Mach den weg! Warte mal! Ich fahr neben dir die ganze Zeit! Und wie bist du voll weit hinter mir? Ja, jetzt schon! Ja, jetzt fahr ich gerade aus! Oh mein Gott, überall ist ein Bullen! Ich fahr hinter dir! Mach den weg! Was ist das denn für ein Hafensänger, Alter? Bumm! Bumm, Bitch! Das ist nicht so einfach! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht Panzer zu fahren! Mhm! Das Game erinnert mich immer mehr an ein Battlefield of Crack! War doch mal davor jetzt! Ja! Hier sind überall so Wracks im Weg! Man kann nicht einfach so gerade ausfahren! Ja, ich bin hier beschossen! Ja, ich nicht oder was? Nein, weil ich alles abkrieg! Ja, dann ist gut so! Siebentausend Dollar! Was? Wo ist dieser Kack Heli? Ich weiß nicht! Hab ihn! Nice! Wo ist der Typ, Alter? Hier musst du irgendwas... Da! Freundchen, Alter, stirb erst mal! Du bist so einfach hier! Eigentlich schon! Okay, da hinten ist irgendwo noch ein Ziel! Das machen wir jetzt! Sind tausend Ziele! Moment, ist da noch eins? Ähm, der fette Schiebkopf hat meinen Panzer durch die Gegend. Was? Ja. Nein. Doch. Hab ihn. Schießt du auf mich, Bitch? Mach mal nicht auf Polizisten. Den Helium? Oh mein Gott, 16.000er Kopfgeld. Komm schon, ein paar Punkte, ein paar Punkte brauchen wir doch. Hau rein, wir dürfen das nicht verlieren. Oh, dann. Ah, es steht einfach, es steht einfach alles kaputt. Wir haben noch 30 Sekunden, um 25.000 zu machen. Ja, fahr. Oh mein Gott, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Oh shit. Komm schon. Ja, wir haben es geschafft. Es geschafft, Smoky. Nein. Panzerumarmung. Oh yeah. Oh, Smoky, Panzerumarmung. Juhu. Stör nicht unsere getaute Zweisamkeit, Polizisten. Mensch. Jawohl, geschafft. Panzervandalismus. Das schreibe ich jetzt unter meine Hobbys bei Facebook. 2000 Bargeld. Das gefällt mir. Äh, Morgensternbezirkskontrolle. 38 Dollar pro Stunde, das ist doch schon. Du hast mehr von der Panzerwandel, das was Aktivität freistellt, sie auf der Karte nach, wo du sie finden. Das ist geil. Das ist geil. Gut, dann würde ich sagen, war es das für heute hier. Äh, ja. So, äh, und dann, äh, bis zum nächsten Mal bei Let's Play... Saints Row the Third. Und, äh, bevor wir aufhören, muss ich eben nach einem Polizisten verprügeln. Uh. S. Oh, ich hab's fangt. Uh. Oh, ich hab's fangt. Das trage ich mich auch. Bleib stehen! Nein! Oh Gott. Ja gut, ich würde sagen, nochmal Ende war das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich wollte es ja beenden, aber du hast mich geschubst. Tschüss!